Alex Gruber, Training auf der Perkestalpe im Pasaio-Tal. Wie sind denn die Bedingungen? Ja Heinz, es ist richtig kalt. Es sind mal minus 9 Grad. Der Bord friert schon leicht, aber das heißt, dass die Bahn richtig hart ist. Da kann man heute richtig gut Material testen. Wir müssen viel noch probieren für den Weltcup, dass die Vorbereitung dann auch top sein wird. Die Bahn ist schnell. Und noch hüpft es höher wie mehr, aber das ist eigentlich ein bisschen anders zu fahren. Aber es bleibt sich vom Gras noch beim gleichen. Es hat sicher wieder ein spannender Kampf. Hauptsache ich wieder mit den zwei Streichern, mit Patrick. Und deswegen freue ich mich jetzt schon drauf.